Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Rustic Waterstorm mit mir, die liebenste Lanz und den lieben Marek. Wir haben letztes Mal oben die Plantagen angelegt, haben auch da gemerkt, dass man aus den Quests 10-10-10 Seeds bekommt. Das heißt, ich habe mir sehr viel Mühe sinnloserweise gemacht. Finde ich interessant. Das ist mein Problem, ne? Ja, so in etwa. Stimmt, ich wollte noch mal kurz gucken, ob auch der Omega auf 10-10 gewesen ist. Okay, Seed Analyzer baue ich nicht. Dann kommt das dann mit rein. Wir haben oben auch ein paar Sachen noch geupgradet. Haben ein paar, zweimal zwei Drawers wieder mit reingestellt. Ein paar Sachen haben wir nämlich anscheinend vergessen reinzupacken. Warum ist mein Back eigentlich mittlerweile voll? Weiß ich nicht. Ich glaube schon mal hier. Inscriber. Du machst Fortschritt. Während ich nur dumm lau. Da hast du direkt vier Stück. Äh. Ah, jetzt. Uh, fünf brauche ich aber am besten. Komm, dann machen wir direkt vier Stück. Hm, ich brauche aber fünf. Ich habe danach gesagt, nee, wir brauchen fünf. Ich habe mich schon besser. Da habe ich nicht zugehört. Da kann ich ja nichts für. Ja. Da muss ich besser durchsetzen. Ah, okay. Da hast du auch noch einen fünften. Danke. Ach, die Dinger, die kosten ja gar nichts. Ja. Also wie man sieht, wir wollen heute mit ME anfangen. Ähm, ich bin gerade am überlegen, wie wir das am besten machen. Äh, ich glaube so ist am besten. Da kann man die Interface zur Seite hin. Ähm, ja, ich glaube so kann man es ganz gut machen. Dann brauchen wir einmal den ME-Controller. Ähm. Ähm, ui. Ähm, ein Drive. Äh. Und wir brauchen Strom dann gleich noch. Also wir bauen das System dann irgendwann schön auf, wenn wir den Platz brauchen. Ja, Hauptsache wir können besser die Sachen lagern. Wir können überhaupt erstmal vernünftig lagern. Produzierst du gerade irgendwas? Ja, Quats. Ah, interessant. Ähm. Dann wollte ich jetzt Strom verlegen einmal. Falls ich ein bisschen verwirrt, äh, verwirretär als normal bin. Ich bin müde. Äh, stimmt. Wir wollten den Kram hier drüben ja eh alles abreißen, oder? Ja, den wollten wir abreißen. Dann könntest du da deine ganzen Prozessoren aufstellen. Nö, ich hätte jetzt hier erstmal mit hingestellt. Wir haben hier drüben irgendwo ja Strom. Äh, genau hier. Dann verlegen wir von hier einmal Strom. Äh. Ich weiß noch nicht ganz wohin. Ah, bis dahin. So, und wir haben ein ME-Kern. Oder wir haben Strom im ME-System. Gut, was baust du da jetzt eigentlich gerade alles? Äh, eine Energy-Cell. Dann kümmere ich mich mal schon mal um die Kabel und sowas. Weil die brauchen wir ja eh demnächst. Sowohl als Quest als auch zum Verleben. Ich hoffe, dass die Flax-Kristalle reichen werden. Ähm, wie kriegt man die denn? Aus den Omega-Shards. Nutrient-Distillation. Ach du Schande. Oder Loot-Bags. Ähm. Wir könnten theoretisch auch die Pure machen. Äh, nein können wir nicht, weil das Ding deaktiviert wurde. Ernsthaft? Okay. Rose ist nope. Ja. So in etwa fühle ich mich gerade. Äh, da Pulverizer. Ich klau mal ganz kurz. Äh, du hast aber hoffentlich nicht die Charge pulverisiert, oder? Wenn es normal ist, ist das ja das Quatsch. Nein, das ist das Charge, was du hier gerade pulverisierst. Also das Problem ist halt, wenn du das normale abbaust, also das Charge abbaust, kriegst du halt... Endlos XP. Interessant. Äh, ich glaube, das ist nicht gewollt, oder? Ich guck mal auf deine Spitzsacke, ob da irgendwie Sektwetsch drauf ist. Ne, eigentlich nicht. Äh, ne, aber die Charge brauchen wir halt extra. Und die muss man dann mit der Hand abbauen. Am besten. Kannst... Willst du einmal kurz abbauen, oder soll ich? Dann bräuchte ich deinen Bohrer. Wegen Fortune. Wir haben hier keinen Flux Crystals mehr. Wer ist? Acht Stücken haben wir noch. Ach, du Schande. Aber wir haben noch Material, um die zu bauen, oder? Oder auch nicht mehr. Ja, das Material habe ich gerade eben zusammengecraftet. Wenn du das Nutrient Water machst... Ich will irgendwie nicht, habe ich das Gefühl? Wird es nicht so schwierig zu machen. Achso, okay. Halt nur warten. Achso, ja, gut. So wie immer, also. Äh, hier, danke. Äh, so. Was wolltest du jetzt haben? Nutrient Water. Äh, Köpfe und... Was war das andere? Fermented Spider. Wir haben keine Mushrooms. Nimm einfach Zucker und... Ähm... Wir haben noch keine Nether Wards. Nimm. Ach, was haben wir überhaupt? Ja, weiß ich nicht. Du bist derjenige, der die ganze Zeit in der Base war. Äh, ja. Und du, der, der, äh, Ressourcen gesammelt hat. Ja, ich habe mir Befehle entgegen genommen. Also waren deine Befehle ja auch scheiße. Ja, dann sammeln wir Nether Warzen. Wo ist denn der Watt da? Äh... Ach, wir haben keine, äh... Wasserquelle. Dann machen wir mal das Ding mit Wasser voll. Nimm. Haben wir noch einen Tank irgendwo? Das war so klar. Ich glaube, dass du alt bist, das selber zu schaffen. Wie kriege ich da denn überhaupt... Rechtsknicker und Wasser. Ich höre es mal sneaking. Ich kriege irgendwie nichts raus. Äh. Ach du Schande, dauert das ewig. Wir brauchen eindeutig eine Pumpe. Auch wenn wir eine haben. Aber ich glaube nicht, dass die schnell genug ist. Dumm, 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 dumm. Ich spüche mit dem Wasser. Ist halt nur nervig. Sag nochmal, willkommen in meiner Welt. Jo. Gut. Ähm, ich habe zumindest einen Skeleton Skull genommen. Dann haben wir zumindest auf einer Seite mal zwei. Dann ist das ein bisschen effizienter. Da kommt ja so gut wie gar nichts bei rum. Mach du Schande. Okay. Äh, wofür brauchten wir die jetzt? Für die... Wir brauchen 32 von den Kabeln. Ja. Ach du Schande. Hast du die weißen Kabel schon gemacht? Bin ich gerade dabei, aber ich muss erst... Okay. ...plan mit Glas machen. Gut, dass du mir so zuhörst, aber passt schon. Ähm, kann ich denn sonst irgendwas machen? Warum ich dir so zuhöre? Ja, da bin ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Ich habe gesagt, ich mache die eben, aber ist okay. Ja, du sollst dann nötig ein Water machen, damit ich so lange die Kabel machen kann. Ähm, so. Haben wir denn die Pressen schon? Haben wir sogar tatsächlich. Ja, klar. Hier habe ich aus den ganzen Specs rausbekommen. Ähm. Welche fehlten? Ach, die fehlt. Okay. Dann... Inscriber, Logic, Calculation, Engineers. Silikon, Diamant, Emerald und Pure Sourthus Quarz. Okay. Das ist auch überhaupt nicht nervig. Kein Kommentar. Kann man zufälligerweise das Reservoir auch durchbrennen lassen? Nein. Shit. Wird es einfach. Merke ich schon. Also die Tatsache, dass wir einfach nur ein Bucket einschmelzen müssen, um den ganzen rauszubekommen. Also so einen ganzen Eimer ist nicht zu einfach. Gut. Äh, was brauche ich noch? Das triggert mich ein bisschen. Warum? Wir wollen 32 Kabel haben, aber ich kann nur 30 oder 33 craften. Das ist immer so. So, sind die Eimer durch? Ja. Dann Fluid Transposer. Oh no, no. Your Flux Crystals. Ähm. Alle Flux Crystals. Ah. Kann ich so machen. Ach du Schande, ist das Ding lahm. Haben wir irgendwo den Händler für die Augments? Sovieligerweise. Weil das Teil ist ein bisschen sehr lahm. Unter der Bedingung, dass ich eigentlich einen Stack machen wollte. Betonung auf eigentlich. Bitte? Wie war es für die Calculation zurück? Ich habe nichts gesagt. Yep. Ähm. Wir können hoffentlich die besseren Inscriber machen. Nein, können wir nicht. Willst du mich veräppeln? So früh am Morgen und du bist schon nur am Aufregen. Ja. Das Problem ist, dass wir halt jedes Teil einzeln reinpacken müssen. Deswegen. Ich habe ein bisschen gerade Nerv im Gesicht. Weißt du, musst den Bad auch mit Wasser füllen, ne? Tut mir leid, dass ich auch ein bisschen was anderes mache und nicht nur davor stehe. Müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht, äh, irgendwie eine Pumpe oder irgendwas drunter packen. Haben wir da noch eine Pumpe über? Nein. Äh, wollen wir den Bad hier drüben mit hinstellen? Kannst du auch? Äh, naja, komm. Stellen wir den hier drüben mit hin. Dauert ja auch nicht lange, alles umzubauen, immer wieder. So. Dann brauche ich Fluid-Dokte. Und ja, ich bin deutlich verpeilter als normal. Schlimm sowas. Mach schon mal einen Stack Omega, Schatz. Joa, viel Spaß. Werdig. So. Im Gegensatz zu dir bin ich vorbereitet. Joa. Ich hatte gestern auch andere Sachen zu tun. Ich war gestern auch nicht mehr anwachsen. Ich hatte heute Morgen bessere Sachen zu tun. Und ja, schlafen zählt als besser. Du bist sogar länger wach als ich. Ne. Ja doch, als ich aufgewacht bin, warst du schon legst du WhatsApp online. Ja, weil ich kurz einmal online war, aber danach habe ich weitergepennt. So. Daraufhin erstmal ein Top-Kicks. Dein Ernst? Ja, warum nicht? Neidig? Ja. Gut. Das habe ich, das habe ich. Und dann läuft der Kram wieder durch. Ach, ist das angenehm, wenn man einfach nichts machen kann gerade. Ich kann nicht mehr Flachsküste machen, wenn ich darauf warten muss, dass dein Scheiße hier durchgelaufen ist. Welche denn? Ach so, kannst du ruhig sonst rausnehmen, wenn gleich das Wasser leer ist. Ja, ich baue mein Reservoir wieder. Das liegt im System. Ich dachte, das brauchst du nicht. Ja, was kann ich dir sonst machen? Also, wir können halt aktuell nicht wirklich irgendwas machen. Ja, wobei, ich könnte da einfach so Stromkabel ranpacken. Dann geht das erstmal zumindest. So. Du weißt ja, dass ich Leute hasse. Ja. Das Reservoir nach dem Benutzen leer machen. Eher. Und dreimal darfst du raten, warum ich es nicht leer mache. Vielleicht immer noch davon ausgegangen bin, dass du es nicht mehr brauchst. Mach es immer. So, ja, ich dachte, das... Ich dachte, das wäre eins, was du mir geben kannst. Oder geben hast, einfach so. Ich habe nur eins. Tut mir leid, dass ich dir unterstelle, dass du mein Netz zu mir bist. Warte mal, kann man das vielleicht mit dem Hopper automatisch befüllen? Ja, kann man. Shit, ich muss das doch anders aufbauen. Ach, das ist mal wieder eine sehr spannende Folge. Hast du deinem Leben berichtet, um die Leute zu unterhalten? Ja, ich habe kein Leben. Belastend. Das weißt du doch. Tatsächlich weiß ich das, ja. So, dann haben wir das Ding. Energy Acceptor brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Egal, kommt dazwischen einfach. Du hast den BWat jetzt am Wasser angeschlossen? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir wissen, dass wir den wahrscheinlich noch öfter brauchen werden. Das sowieso. Davon gehe ich einfach mal aus. Gut, also. Also, hier kommt Engineering. Das sind die Diamanten. Hier kommt Logic. Das ist das Gold. Äh, da ist Silikon. Hier kommen die Inscriber rein. So. Gut. Aber, ich würde sagen, ähm, ja. Zur nächsten Folge gucke ich mir nochmal ein bisschen mehr an, was wir jetzt genau machen. Beziehungsweise, nee, warte. Okay. Quester füllt. Cool. Ich mache hier nochmal ganz kurz Strom hin. Dass die zumindest laufen können schon mal. So. Weil sonst haben wir nächstes Mal keine Prozessoren. Dann einmal die Pure, bitte. Auch einmal durchlaufen lassen. Äh, ach, du hast die ganzen Quests gerade alle abgerissen. Okay, dann würde ich sagen, Finger zu gut gehabt. Nee, ich habe die Kabel gecraftet und das abgerissen. Ah, okay. Finger zu gut gehabt. Lass Kommentarbewertungen da. Etc, etc. Bis zur nächsten Folge, die hoffentlich ein bisschen produktiver ist. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.